Huch Ganz viel Stoff Oh Flüte ich immer auf mich Ich kann den Schokoriegel nicht nehmen, dann nimm du den Komm mal her zu mir, bitte Oh, Schokoriegel, ich komm Siehst du hier einen? Ja, gut Seil Seil nehmen wir auch mit, wenn wir Seil mitnehmen können Wir haben ja ordentlich Soda ist gut Schmeiß ihn über mir Oh, ich hab richtig Lücken Jetzt bin ich voll Dynamit wollten wir noch gucken, ne? In Alkohol bin ich voll? Was ist denn da los? Das geht ja mal gar nicht Warte mal, Molotow bauen? Mal Luftdorf hab ich auch schon alle Alles voll Gut, 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 gut Das brauchen wir auch alles So, ich hab Uhren, ich hab Ich hab Coins, ich hab Alkohol für Bomben später Bomben sind auf jeden Fall erforderlich Ja, brauchen wir auch Ja, brauchen wir auch Also ihr hört schon Dass wir da ganz gefährliche Dinge Unternehmen wollen Hier ist Oh, ich hab alles abgelootet für mich Oh, ich hab Dynamitreserven gehabt Aber das mag auch daran liegen, dass wir Oh, dann trinke ich noch einen Soda Wenn wir jetzt schon mal hier sind und hier genug liegt Trinke ich noch eins Hier ist wer Achso? Ne, mal das hörst Achso, jetzt hör ich ihn auch Ach hier, junge Dame Wie geht's Ihnen denn heute? Danke für Ihren Zahn Ach, Platinen haben wir auch genug Au, ich hatte ja richtige Titten Olli Wir hatten hier auch ein Feuer Aber wir haben ja jetzt genug Knochen Ja, wollen wir zu unserem Lager gehen? Ich würd sagen, wir gehen zum Lager Nimm noch Stoff mit Stoff kann man ja anscheinend mitnehmen ohne Ende Ah, hier ist noch Seil Konnte man denn hier hoch? Ach da Oha Ausgetrickst Überall wo Licht brennt Müsste eine Plattform sein zum Hochklettern Hier ist irgendwer Aber egal Den ignoriere ich jetzt gekonnt Ich bin schon oben auf dem Weg rauf Hey Da ist er Ja, das machen wir aber mal offline Dann gehen wir nochmal hierher Und machen eine Fliegerunde, ne? Ja Oh Wie bist du da hingekommen? Wohin? Da wo du jetzt bist Ich komm da nicht hin Ich komm nochmal zurück Das will ich jetzt sehen Aha Hm Das sieht doch ganz normal aus Hast gesehen? Bei mir ist da nichts mehr Hä? Ich steh auf Holz Hier ist auch kein Seil Hä? Guck hier Bin ich bei dir jetzt hier in der Luft, wenn ich am Seil bin? Ich seh das Seil, aber ich kann's nicht greifen Ich krieg kein Dings dafür Wo geht's jetzt weiter? Lauf mal Ach, du läufst bei mir in der Luft hier Hier kann ich jetzt wieder hoch Ist bei mir kaputt Hä, wie unlogisch Ja, du bist doch der Horst Komisch, komisch Sag, tag gleich mit mir Sag, dass du vorerst gehen und weglern Und dass die Scheiße gebaut haben Aber dafür ist das Ding wieder heil Kannst du dich erinnern, wo wir gestern hier waren? Das haben wir repariert Das haben wir repariert? Ja, wir haben hier die ganzen Bäume, wie du hier siehst, abgehäumt. Ach ja, stimmt ja. Boah, mit dem hier drin ein Baum. Ja, den können wir aber nicht wegfällen, dann fällt das ganze Ding auseinander. Oh. Ja. Ich hab noch gesät schnell. Noch schnell gespeichert. Hier ist nix zu trinken drin, gar nix. Funk sind jetzt super. Ja. Ich seh wieder keinen Mond. Ich glaub nicht, dass wir schlafen sollten. Ja, es wird auch, glaub ich, Tag, wenn ich mich jetzt nicht irre. Äh, speichern können wir aber. Genau, dann gehen wir schon zu den Zelten. Soll ich Essen auf dem Feuer legen? Ja, mach mal. Ich hab hier was zum Reparieren. Aber ich krieg keine Markierung. Jetzt. Oh, es wird Tag. Ja, dann brauchen wir auch nicht schlafen. Das ist der Blödsinn. Aha. Ist was? Nö. So, Essen. Das ist aber schön. Erstmal Rüstung. Oh, ich hab mal schnell was getrunken. Ja, denn wir müssen zur Höhle 9, ne? Genau. Hier ist auch kaputt. Hier ist nur ich. Oh, wo? Hast du ihn? Ja. Gut. Sag ran. Jetzt. Los, 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 los. Ja, ich hab die rote Axt auf. Hey, mein Fleisch. Teilen wir uns sowieso. Weißt du doch. Sag mal, wir gehen noch mal eine Runde ab. Ich möchte nicht das Ding hier aufgeben. Und gucken, ob hier noch was zu reparieren ist außen, ne? Hm. Aber es sieht gut aus. Ich hab auch hier auch noch mal gepflanzt. Ist alles gut, ne? Ja. Gut, denn. Hey, Barbie Girl. Luch. Komm her. Kannst. Jetzt kannst du dir das Fleisch nehmen. Ich frag mich, woher die Axt erholt. So. Ja, frag ich mich auch. Am besten hätte er mal das Gantaner nehmen sollen. Geil. Jetzt habt ihr ja drei durch Lizardrüstung. Ich hab... Auch drei. Entschuldigung. Oh. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Was denn? Oma Enkli hat gefurzt. Oh. Weg. Alarm. Oh. Oh. Das ging früher hier nicht so steil runter. Hier konnte man hochlaufen. Hier vorne geht's ganz bequem nach unten. Nee, das war richtig so ein Abhang, wo man runterlaufen konnte. Du musst mal in den Playlisten meine Solo-Gestingen suchen. Die sieben Folgen von Sephorus. Das sah das hier ganz anders aus. Das war hier alles anders. Hier war mehr... Das werde ich tun. Und hier waren tausend Löwechen. Mein erstes Lager hatte ich da hinten gebaut. Ich ne, wie finde, sind diese Steine. Einfach zu viele Steine, hab ich das Gefühl. Und was willst du jetzt im Wasser? Wir müssen jetzt nach hier drüben. Hallo, Reh. Dann können wir ja auch nochmal einen Abstecher beim Flugzeug-Cockpit machen. Das muss ja hier auch dann nachher irgendwo sein. Auf dem Rückweg. Wegen Krack-Munition. Warte. Bleib stehen. Ach so. Der soll stehen bleiben. Ruhig. Pflanzen. Ruhig. Ruhig. Jeder hat wieder keine Pflanzen. Ich sehe hier ganz viele. Oh, ich bin doof. Ich wollte gerade wie in Minecraft mit C zoomen. Warte mal. Geht nicht. Nee, das ist kein Optifine installiert. Scheiße, dann müssen wir das mal machen. Ich nehm den durch jetzt einfach mit. Ja, nimm mit. Ich sammle hier gerade Pflanzen ohne Ende. Haiepflanzen sind hier richtig viele. Hast du noch Plastikmüter für Essen? Ja. Ich hab gerade einen durch in Hand genommen, der nicht mal reinpasst. Das war ein. Oh, Pflanzen. Ja, hier ohne Ende. Hallo, Vera. Ach, hier sind Beeren. Beeren kann man ja essen. Bei mir sind die giftig. Ja, das hatten wir schon öfter. Dass sie bei dir giftig sind und ich kann sie essen und umgedreht. Warum auch immer. Die sind hier nicht giftig. Ich hol gleich meinen Eierfohnen und mach mal schöne Musik im Hintergrund. Nein, die lassen wir für Minecraft. Achso, ich hab gerade an deine Forz-App gedacht. Nee, die Musik meine ich nicht. Sowas würde ich nie während der Aufnahme machen. Also wirklich. Hast du das schon mal von mir erlebt? Vielleicht. Durch. Oh, jetzt ist er weg. Da hinten ist der andere durch. Dann geh ich mal lieber dem hinterher. Der hat, der kam von oben runtergefallen. Oh, Alo, Vera ist hier. Oh, jetzt müssen wir hier gründlich suchen. Hier ist auch noch ein Zelt. Guck mal. Hier ist noch irgendwie so ein... Interessant. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier reingucke. Gibt's nix bedeutungsvolles. Ja, ich weiß. Es ist irgendwie... Alter. ...so ein Drang. Boah. Was ist denn da? Hier ist gar nix. Loserdorf hier. Oh. Hast du Fische bekommen? Oh. Oh. Die sind aber auch schnell, du. Die wissen schon, was ihnen blüht, die Lurche. Mit den Speer kannst du die Wässer töten. Ja, aber nicht, wenn er wie ein Kilometer... ...mit Höchstgeschwindigkeit an mir vorbeirennt. Doch, das geht. Das geht mit den Speer einfacher. Pst. Pst. Oh, ihr Schweine. Oh. Die glitschen weg. Die Schieten. Ich kann länger laufen als ihr. Der Skarnickel ist schneller als ihr. Oh, das ist ja bescheuert. Oh, Lurche. Hallo, Lurche. Wir machen schon wieder dummes Lurche. Kommt vom Kurs ab. Ja, wir konzentrieren uns nicht auf die Aufgabe. Seit wann können Lurche schnell laufen als einer selbst? Ja. Das sind hier Turbo-Lurche. Ich habe Aloe Vera gefunden. Oh, ich finde hier noch mehr Aloe Vera. Die ist ganz wichtig für Medizin. Ich finde nur diese 0850 Blumen. Die sind, äh, ja, das sind so eine dicken, grünen, fleischigen Blätter. Ah, fleischig. Hm? Ist das Schwein oder Rind? Ah, ich habe ihn. Ich habe einen Lurche. Kommst du? Gut, ich meine der Jüngste. Äh, was macht denn der da? Ich meine, ich meine, ich meine. Bewegt er sich bei dir auch noch? Ja. Als wenn er schwimmen möchte. Los, fang an, fang an. So. So, voll. Da ist noch einer. Kaderbomber. Gut. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, bleib wohl ein bisschen zu früh. Oh, du hast wohl genug oder geht? Ich kann, jetzt bin ich auch voll. Das Schöne ist jetzt, das kann man das ja mit Blättern modifizieren und dann kann man wieder fünf neue machen. Mit Blättern? Ja, 25 Blätter auf ein Lizzardskin. Und jetzt? Jetzt kann ich es nicht weglegen. Ja, jetzt hat er es genommen. Gut. Muss ich mir aufheben. Kann man richtig Rüstung bunkern? Hm. Von ihm zum Beispiel hier. Ah, Hund. Der hat genau gewartet, dass ich zuschlagen will. Warte, 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 warte. Ah, Hund. Du baust hier gerade Rüstung, ne? Ja, ich habe die jetzt modifiziert. Damit ich wieder fünf neue Löcher mitnehmen kann. Du hast recht. Ich bin ja, das ist ja schlau. Fünfmal Knochen. Fünfmal Lizard. Und dann nochmal fünfmal Lizard modifizierte Blätter. Deshalb kann man es gar nicht haben. Ja, wir brauchen auch mehr als genug davon. So, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt kann es wieder losgehen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Die sind schon da. Ich habe einen. Ich wollte gerade zu den Zelten laufen. Okay. Na, Fleisch können wir aber nicht mehr mitnehmen, ne? Oh. Er passt rein. Was ist da los? Hä? Ich gehe noch von gar nicht. Nee. Naja, ist egal. Ich frage einfach nicht. Ach, hier soll das sein? Ja, hier sind die Zelte. Skistelle kann ich mich noch genauer erinnern. Ja, sonst zur Not kannst du ja nochmal nachgucken, ob es die richtige Stelle ist, ne? Das müssen wir sowieso, wenn wir drin sind. Weil die Höhlen sind ja groß und kompliziert für mich. Wo war der Eingang hier? Ach, der? Hier waren wir doch schon drin. Ja. Wir sind wohl die falsche Wege gelaufen. Die Höhle kennen wir. Ist wie immer mit der modernen Axt. Da waren wir auch schon drin, haben die Axt aber gar nicht... Oh, das ist dunkel. Ich sehe schwarz. Ist das schon immer so dunkel? Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber hier waren wir drin in dieser Höhle. Und hier gibt es die Kletteraxt. Er ist hier lang gelaufen. Und dann ging das noch? Psst. Unten. Hier geht es nicht nach unten. Okay, dann ist das Video doch schon veraltet. Heißt, ich bin hinter dir. Hier geht es nach unten. Ja. Aber hier ist aber kein Seil wie bei ihm. Nee. Da war ein... Hier sind... Äh... ...Liedmaßen. Na, war klar. Wir gehen mal einfach hier entlang, wir können ja uns den Weg ja selbst zusammen reimen. Wir waren in dieser Höhle drinnen. Ja, hundertprozentig. Hier muss man tauchen. Ja, und da haben wir keine Tauchausrüstung. Heißt, wir gehen auf der anderen Seite runter. Meinst du? Und kommen wir denn auch wieder hoch? Hochkopfbander. Ach so. Mach das wie beim Loch. Oh, hält mir auf. Der Eterling Geld. Ey, mein Geld. Und eine Platine auch. Kann nichts mehr nehmen, ich bin voll. Zu fett. Ich hab hier ein Auge. Warum hab ich hier ein Auge? Aber das ist durchgestrichen, wir haben das schon gesehen. So, jetzt ist die Frage links oder rechts? Ich würde sagen rechts. Hier lang, ne? Auge kommt, wenn man sich büppt. Ich häng fest. Hier ist Wasser. Das kann's nicht sein, ne? Nee. Das ist halt das... Glück dich! Das doofe, wenn Forrest ganz viel macht und tut und die Videos dann halt nicht mehr abgereisen. Ja, 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 ja. So, hier geht's nach unten. Das ist tief. Was war das eben für'n Geräusch? Oh, das war's schon. Entschuldigung. Bei ihm war das aber viel kürzer als bei uns. Hier waren wir ja schon mal. Aber ich hab auch gelesen, am Ende der Höhle, im Wiki. Ende der Höhle. Da steckt sie in der Wand. Das muss ja auch so eine Poröse-Wand sein, ne? Ja. Wie wir die gesehen haben. Da oben leuchtet... Da oben ist eine Lampe drauf. Warum? Ja, das zeigt einen den Weg. Das hab ich auch bei der modernen Axt gesehen, dass da dann die Köpfe ein bisschen leiten. Ach so. Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Da hinten war's ganz hell eben. Das ist ein Grafikfehler, denk' ich mal. Hier ist bestimmt keine, ne? Da ist noch mal ne Lampe. Da sind auch irgendwie Kästen. Guck mich jetzt hier genau um. Hier fällt das Wasser. Ich würde erst mal zu den Kästen gehen. Aber hier geht's auch nicht weiter, ne? Doch, hier geht's weiter, ne? Ach, guck mal hier. Ja, hier kommen wir wieder raus. Ach, hier kommen wir raus. Ich würde erst mal zu den Kästen gehen, die ich gesehen hab. Wenn ich noch zurückfinde. Da hinten ist es wieder hell. Das ist wieder, ne, das ist ein Grafikfehler, total. Hier. Hatten wir nicht mal ein Lagerfeuer gemacht? Ah, hier ist unser Lagerfeuer. Ja, zünde ich nochmal an. Ja. Warum wird denn das jetzt hier nicht hell? Hörst du das auch? Nee. Ich hab's ein tiefes Brummen eben gehabt. Hier waren wir aber. Beda. Das war's für heute.